Hallo Welt, da sind wir wieder. Auf der Unreliable werden wir uns jetzt mal um unsere Kumpelins hier kümmern und gucken, wie wir die verbessern können. Vielleicht schauen wir uns mal unsere Fertigkeiten an. Ja, verfügbare Punkte 71, das lassen wir aber auch erstmal so. Ich frage mich, ich wundere mich, dass wir gar nichts vergeben mussten bisher auf Nahkampf und so weiter. Wir sind da ziemlich stark, wie ich finde. Wir haben sowieso sehr wenig Punkte vergeben müssen. Also wir sind eigentlich nie so richtig in der Klemme gewesen, muss ich sagen. Das ging alles extrem locker. Nun, wir haben uns ja 2018 im Livestream mal entschieden, nicht mehr auf Hardcore zu spielen, also nur noch normal. Und ich bin das ja von vorher gewöhnt, also nur die schwierigste Schwierigkeitsstufe immer zu durchlaufen. Vielleicht kommt mir das jetzt einfach so vor. Ist das normal? Mir kommt das extrem leicht vor. Also wir haben die Punkte, die sammeln wir jetzt weiter, denn vielleicht brauchen wir ja irgendwann mal hier überzeugen oder so auf 100. Was heißt irgendwann mal? Ich sehe schon das Ende kommen, so ein bisschen. Vorteile haben wir auch nicht verteilt. Das könnten wir jetzt zum Beispiel dann mal machen. Ein paar wenigstens. Zehn Stück habe ich gesehen. Haben wir da nämlich. Um das hier freizuschalten, braucht es fünf Vorteile. Da müssen wir also fünf freischalten. Dann können wir uns hier unten den zweiten Grad mal anschauen. Und wir gucken mal, was hier Sinn macht. Überhaupt die Widerstandsfähigkeit. Auf jeden Fall. Du bist seit deiner Stasis gesünder geworden. Dann haben wir die langsame Welt. Zeit ist taktisch. Zeit in taktischer Zeit. Die Literation dauert länger an. Das ist bestimmt ganz normal. Einsamer Wolf. Manchmal ist die einzig vertrauenswürdige Person man selbst. Das ist in Ordnung. Wenn du alleine bist, verursachst du erhöhten Schaden. Das brauchen wir nicht, weil wir sowieso selten alleine sind. Schreiter. Jahrelanger Adrena-Time-Gebrauch hat dich dauerflink gemacht. Das wäre gut. Gepard. Die sind nicht langsam. Du bist einfach schnell. Hoher Wartungsaufwand. Du kümmerst dich besser um deine Waffen und Rüstungen als die meisten Leute. 25 Prozent Waffen- und Rüstungshaltbarkeitsverlust. Das wäre auch gut Präzision. Nach einigen nicht garantiegedeckten Modifikationen ist das Visierjustierungsgerät deiner Werkbank viel präziser. 15 Prozent auf kritische Chance von Begleitern. Der Verhandler. Knallharte Verhandlungskünstler haben wenige Freunde, aber dafür umso mehr Bits. Ah, genau. Das nehmen wir auf jeden Fall. Tödliche Demonstrationen. Deine Begleiter. Also was auf jeden Fall. Das sind 20 Prozent bessere Händlerpreise. Hoffentlich auch im Verkauf. Dann hat sich das Sparen des ganzen Schrotts und so weiter gelohnt. Tödliche Demonstrationen. Deine Begleiter können dir noch eine Menge übers Töten beibringen. 50 Prozent Erfahrungspunkte von Begleitertötungen. Das wäre auch nicht schlecht. Dadurch bekommt man ja mehr Erfahrungspunkte. Das heißt, man bekommt hier einen schnelleren Aufstieg. Das heißt wiederum, man bekommt mehr und schneller Vorteilspunkte. Also schlecht wäre das auch nicht. Reisender. Du bist sehr effizient, was das Mitnehmen von Dingen angeht. Vielleicht hättest du Lastenträger werden sollen. Schaltet die Fähigkeit Schnellreise trotz Überladung frei. Das brauchen wir nicht. Wir reisen ja sowieso so gut wie nie schnell. Wir haben das einmal ausprobiert. Es hat uns gereicht. Das war jetzt nicht so spektakulär. Der schnelle Tod. Die Anzeige für die taktische Zeitdiletatation wird deutlich schneller aufgefüllt. 50 Prozent Aufladerate der taktischen Zeitdiletatation. Das hier haben wir schon genommen, Packesel. Dann ein paar Bits mehr. Händler und Verkaufsautomaten haben mehr Munition, Verbrauchsgegenstände und allgemeine Gegenstände im Sortiment. Dieser Effekt tritt auf, wenn das Sortiment eines Händlers oder eines Verkaufsautomaten das nächste Mal aufgestockt wird. 100 Prozent zusätzliche Munitionsvorräte bei Händlern. 100 Prozent zusätzliche Verbrauchsgegenstände und allgemeine Gegenstände bei Händlern. Das ist... Wir sind da nie an die Grenzen gekommen. Das war nie... Es war nie so, dass wir irgendwo was gebraucht hätten. Machen wir hier irgendwas falsch? Kann das sein? Das kommt mir alles so vor. Das sind alles sinnvolle Sachen, aber die braucht man teilweise überhaupt nicht. Meine ich. Also... Na ja, C. Kosten ein Vorteilspunkt. Du verfügst über einen Grundrüstungswert, der zu allen von dir getragenen Rüstungen addiert wird. Das ist ja auch nicht schlecht. Fünf Grundrüstungswert. So, was habe ich gerade gesagt? Was ist gut? Bessere Preise ist gut. XP wäre gut. Gesundheit auf jeden Fall ist auch gut. Schneller ist gut. Und was war das nochmal? Sprintgeschwindigkeit, Gehgeschwindigkeit. Ja, die sind beide gut. Und du kümmerst dich besser um deine Waffen. Das ist auch gut. Waffen- und Rüstungshaltbarkeitsverlust. Was, was, was? Gepard war gut. Schneller rennen. Und... Na, die Haltbarkeit. Ah, okay. Da war aber doch noch was mit der Werkbank. Wo ist das denn? Ich sehe es nicht. Haben wir das jetzt schon genommen? Das hier müsste das doch sein. Nee. Gehgeschwindigkeit erhöht. Ach, hier ist das. Nach einigen nicht garantie-gedeckten Modifikationen ist das Visier-Justierungsgerät deiner Werkbank viel präziser. Ah, das sind 15% kritische Chancen von Begleitern. Nicht schlecht eigentlich, aber im Moment brauchen wir das nicht. Das hier würde mich noch interessieren. Zum Kauf markiert. Okay. Dann schauen wir uns den zweiten Grad mal an. Für den dritten brauchen wir schon 10 Punkte. Das heißt, wir müssten alle Punkte verteilen. Und dann würde... Nein, wir müssten noch 5 Punkte verteilen. Dann könnten wir auf Grad 3 hier nochmal 5 Punkte verteilen. Aber erstmal schauen wir uns schön in Ruhe den Grad 2 jetzt an. Laufen und Ballern kosten. Ein Vorteilspunkt. Verringert den Malus auf die Zielgenauigkeit, wenn du nicht stillstehst. 95% Genauigkeitsabzug für Bewegung. Der Tod. Kosten ein Vorteilspunkt. Wenn du einen Gegner tötest, wird die Anzeige für die taktische Zeitdiletation etwas aufgefüllt. 25% taktische Zeitdiletation pro Tötung. Verrückte Wissenschaft. Kosten ein Vorteilspunkt. Erhöht den Schaden, den du mit Wissenschaftswaffen verursachst. 50% Wissenschaftswaffenschaden. Okay, das hört sich gar nicht so schlecht an. Raser. Kosten ein Vorteilspunkt. Erhöht dein Lauf- und Aktionstempo, wenn die taktische Zeitdiletation aktiviert ist. 25% Lauftempo während der taktischen Zeitdiletation. Scanner. Ein Vorteilspunkt kostet das Ganze. Du verursachst mehr Schaden an Schwachpunkten, wenn die taktische Zeitdiletation aktiviert ist. 20% Bonus auf Kopf- und Schwachstellentreffer. Oh ja, das wäre gut. Der Sammler. Kosten eins Vorteilspunkt. Ein Vorteilpunkt. Erhöht die Reichweite, in der alle interaktiven Objekte in der Umgebung hervorgehoben werden. Ohne, dass du sie direkt ansehen musst. Markierungsreichweite für interaktive Objekte plus 5 Meter. Geschleckter Verkäufer. Kosten ein Vorteilspunkt. Du kannst Händler dazu bringen, dir mehr Bits zu zahlen, als sie eigentlich sollten. 20% Händler-Ankaufpreise. Okay, das markieren wir mal sofort. Brüder und Schwestern. Kosten ein Vorteilspunkt. Wenn du ein Ziel kritisch triffst, besteht die Chance, dass eine Begleiterfähigkeit sofort wieder einsetzbar ist. 25% Chance, bei einem kritischen Treffer die Abklingzeit einer Begleiterfertigkeit-Fähigkeit zurückzusetzen. Gemeinsame Sache. Kosten ein Vorteilspunkt. Wenn du eine Begleiterfähigkeit einsetzt, besteht die Chance, dass dadurch die Fähigkeit des anderen Begleiters sofort wieder einsetzbar ist. 25% Chance, dass, wenn du eine Begleiterfähigkeit einsetzt, dadurch die Fähigkeit des anderen Begleiters sofort wieder einsetzbar ist. Donnerkrollen. Kosten ein Vorteilspunkt. Wenn du einen Gegner tötest, wird die verbleibende Abklingzeit der Begleiterfähigkeiten reduziert. 20% Begleiterfähigkeitsabklingzeiten pro Tötung. Ernta. Kosten ein Vorteilspunkt. Wenn du einen Gegner erledigst, stellst du eine geringe Menge Leben wieder her. 15% Leben pro Tötung wiederhergestellt. Horta. Kosten ein Vorteilspunkt. Verringert das Gewicht von Verbrauchsgegenständen deutlich. 50% weniger Gewicht von Verbrauchsgegenständen. Das wäre auch gut. Vollgepackter Packesel. Kosten ein Vorteilspunkt. Erhöht den Bonus auf die Tragekapazität, den du durch deine Begleiter erhältst. Plus 40 Kilogramm Tragekapazität. Das Bonus von Begleitern. Ich glaube, das nehmen wir auch. Soliloquy kosten ein Vorteilspunkt. Du erhältst einen Bonus auf Dialogfertigkeiten, wenn du ohne Begleiter unterwegs bist. Ach so. Soliloquy. Ah, 10 Dialogfertigkeiten. Kommen drauf, wenn wir alleine unterwegs sind. Das ist aber nichts für uns. Der Sammler. Der Scanner. Na, das hier war noch gut. Ach, haben wir ja genommen. Na, ich wüsste nicht, was sollen wir denn sonst noch nehmen? Wissenschaftsschaden für die Waffen. Ja, dann können wir uns den dritten Grad nämlich auch nochmal angucken. Wilde Wissenschaft. Kosten ein Vorteilspunkt. Erhöht den Schaden, den du mit Wissenschaftswaffen verursachst. Noch mehr. Kombinierbar mit verrückte Wissenschaft. 50 Prozent. Und nochmal drauf auf den Wissenschaftswaffenschaden. Ruhige Hand. Wenn du einen Gegner tötest, werden deine Mali auf Waffenstabilisierung und Zielgenauigkeit, wenn du nicht stillstehst, kurzzeitig vollkommen aufgehoben. Fernkampfwaffenschaden und Fadenkreuz schwanken minus 100 Prozent. Ich meine Fernkampfwaffen und Fadenkreuz schwanken. 100 Prozent. 100 Prozent. Genauigkeit für Bewegung. Nicht schlecht. Selbstsicherheit. Kosten ein Vorteilspunkt. Irgendwie helfen Blut und Gewalt dir dabei, dich zu konzentrieren. Das ist überhaupt nicht verstörend. Dein nächster Angriff, nachdem du einen Gegner getötet hast, ist ein garantierter, kritischer Treffer. Mhm. Rüstungsmeister. Ja, Kosten ein Vorteilspunkt. Erhöht den Rüstungswert. Und die Fertigkeitsboni. Alle Rüstungen, die du trägst. 10 Prozent Rüstungswertbonus. 100 Prozent Fertigkeitsbonus. Ist auch nicht schlecht, oder? Superpackesel. Kosten ein Vorteilspunkt. Erhöht deine maximale Tragekapazität noch weiter. 100 Kilo Tragekapazität noch mal oben drauf. Taktisches Genie. Kosten ein Vorteilspunkt. Wenn du die taktische Zeitdeletatation aktivierst, bewegst du dich kurzzeitig mit normaler Geschwindigkeit weiter, dieser Effekt tritt nur ein, wenn die taktische Zeitdeletatationsanzeige bei Aktivierung vollständig gefüllt ist. Plus 70 Prozent Lauftempo während der taktischen Zeitdeletatation. Fünf Sekunden lang. Rache. Kosten ein Vorteilspunkt. Wenn du von einem negativen Kampfeffekt betroffen bist, verursachst du mehr Schaden. 20 Prozent Schaden nämlich. Letztes Gefecht. Kosten ein Vorteilspunkt. Wenn dein Leben niedrig ist, verursachst du mehr Schaden. 30 Prozent Schaden bei unter 25 Prozent Leben. Das wäre auch gar nicht so schlecht. Kopfschuss, Baby. Kosten ein Vorteilspunkt. Gegner, die durch Kopfschüsse sterben, explodieren und verletzen andere Gegner in der Nähe. Kopftreffertötungen verursachen 25 Prozent ihres Schadens bei Gegnern in 2,5 Metern umkreis. Wisst ihr was? Das hört sich lustig an. Alleine nur, um mal zu gucken, wie das aussieht. Okay. Halte durch. Kosten ein Vorteilspunkt. Wenn du einen zu Boden gegangenen Begleiter mit dem Inhalator behandelst, wird er mit einer geringen Menge Leben wiederbelebt. Belebe Begleiter mit 25 Prozent Leben wieder. Abklingzeit 15 Minuten. Das wäre gut. Aber in letzter Zeit, irgendwie brauchen wir das gar nicht mehr. Was kommt denn da noch? Durchdringende Schüsse kosten ein Vorteilspunkt. Der Rüstungswert des Ziels wird durch jeden Treffer durch Fernkampfangriffe um einen Punkt reduziert. Dieser Effekt hält eine kurze Zeit an und kann gestapelt werden. Fernkampfangriffe verursachen 10 Sekunden lang minus ein Rüstungswert bis zu 10 Stapelbar. Raue Schale. Ein Vorteilspunkt kostet das Ganze. Sämtlicher Flächenschaden und Plasmaschaden, den du erleidest, wird verringert. 15 Prozent erlittener Flächenschaden. 15 Prozent Plasmaschaden erhalten. Aha. Quit pro quo. Kosten ein Vorteilspunkt. Du erhältst eine geringe Menge des Nahkampfschadens, den du verursachst, als Heilung zurück. 15 Prozent des verursachten Nahkampfschadens, als Gesundheit wiederherstellen. Einsamer Schleicher. Kosten ein Vorteilspunkt. Verringert den Detektionsradius von Gegnern, wenn du ohne Begleiter unterwegs bist. 33 Prozent Detektionsradius von Gegnern. Dann sparen wir uns wohl die letzten zwei Punkte auf. Wie? Da wäre noch was mit der Gehgeschwindigkeit, was mich hier interessiert. Und ein paar Bits mehr. Händler und Verkaufsautomaten haben mehr Munition. Ach so, das ist aber nichts. Ach so. Verbrauchsgegenstände und allgemeine Gegenstände im Sortiment. Dieser Effekt tritt auf, wenn das Sortiment eines Händlers oder eines Verkaufsautomaten das nächste Mal aufgestockt wird. Das ist aber nicht das, wie es sich anhört. Ja, ich glaube, so nehmen wir das. Zwei Punkte sparen wir uns auf. Vielleicht brauchen wir die ja doch noch irgendwann mal für was anderes. Mehr Bits, mehr Bits und mehr Erfahrungspunkte haben wir genommen. Ja. Das ist doch gut. Ja, dann anwenden. Wenden wir das an. Das ist krass, oder? Ja, aber sowas hätten wir vielleicht früher mal nehmen sollen. Dann hätten wir mehr Erfahrungspunkte bekommen. Dann hätten wir schon wesentlich mehr Vorteile vielleicht. Also das mit den Schwächen und das mit den Phobien, das hat ja schnell aufgehört. Wir haben alle Schwächen und Phobien angenommen. Drei waren da nur bei uns. Roboterphobie, Schwäche gegen kinetischen Schaden und Schwäche gegen Korrosion haben wir alle angenommen. Dann gucken wir uns die Begleiterprofile in der nächsten, die Begleitervorteile gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020